Zack, 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 ich werfe ja einfach meinen Müll rein, ja? Mach das, ich lass sowieso gleich fast, also fast alles löschen. Guckst du, ne? Nö, ich wollt' gar nicht zu dir. Oh, schade. Alter, woher habt ihr so viel... Glowstone? Und Redstone? Sieben? Achso, denkwider. Das ist doch alles voll bei uns dort oben. Äh, ich bin glücklich, ich bin glücklich, dass ich bei euch im Team bin, ja. Okay. Ich bin viel zu faul dafür, das zu automatisieren. Wer guckt da mich an? Es wär so voll enttäuscht von mir. Nein, ich... Nein! Nein! Ach nein, nur nicht. Warum sollte ich dich enttäuscht? Hä? Äh... Jetzt hab ich die... Jetzt geht's los. Was kann weg? Tritra... 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 Trulala... Ja... Äh... Kann alles weg. Schön, das ist... Ne? Kein Problem. Äh, die Dolly bleibt... Das kann weg. Die Gold... Ja, die... Ach, das kann man doch gleich mal testen. Wenn hier schon die ganze Zeit rumgemeckert wird. Ja... Das waren im Übrigen eure Kisten von drüben. Ja... Und? Ich wollte es immer so angehaucht haben. Und irgendwas... Loll... Ja... Eine verfickte, scheiß... Drecks... Ranzige... Melone... Verstopft das ganze System. Ist schon geil, wenn man so darüber nachdenkt. SORTING BABYLE kann weg. Laborblock... Tritra... Dingsbums... Löschen... Die Scheren... Löschen... Das Feuerzeug... Löschen... Den Hebel... Löschen... Die ganzen Holzkisten... Löschen... Kann ich kündigen... Warum? Warum? Was machst du denn da unten? Ich brauche noch mal ein paar Geschwindigkeit Updates oder so... Jo... Mach ich dir... Ungefähr so ein Stack... Äh... Tybox... Ja... Mach ich dir... Jetzt so alles... Mach ich dir... Hup! Ne, mach ich dir... Ist... Ernsthaft? Wer es hat... Was hast du gesagt? Wie viel? Ein Stack... Ja... Warte... Wo bist du? Ja... Tja... Tja... Wo hab ich Spaß? Naja... Du... Wofür haben wir die Ärzte sonst? Mal ganz ehrlich... Also... Inder zum Verbraten oder zum Verbraten... So... Jetzt hab ich die 3 Sterne... Jetzt geht das... Oh... Danke, Alk... Jetzt geht das... Jetzt geht das... Ja wie gesagt, für was haben wir die Ärzte sonst, wenn wir es nicht verbraten? So jetzt kannst du auch mal in die Eisenkiste reingucken, da wirst du doof glatzen. Was für eine Eisenkiste? Die hier. Ja 1000. Naja. Da braucht noch ein bisschen was dazu kommen. Ganz ehrlich, ich crafte mir jetzt zwei stinknormale die... Ist das nicht, lass die hier. Oder was mach ich? Komm, hier ähm, das Spawn-Eye bleibt. Die Schilder können weg, das Spawn-Eye kann weg, das kann weg, der Chisel kann weg. Die normalen Torches können weg. Creeper kann weg, Crop kann weg, Chisel kann weg, Schilder kann weg, Torches kann weg. Das da rein, das da rein, das Ei da rein. Das, 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 das. Die Platten. Das, 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 das. Und den Crusher hau ich mal da hin. Das hätte man von Anfang an so machen sollen. Wo zum Henker ist die ganze Scheiße hin? Das, 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 das. Ich... Ich... Ich liebe mein Leben. Ja, ja. Warum? Wieso? Weshalb? Das dahin Das dahin Die dahin So die hier rein, das hier rein, das hier rein Was ist eine dämliche Lampe, die braucht man nicht So Das dahin Die können wir löschen Hängst du schon wieder in der Luft? Ja Warum sagst du nichts? Weil ich Sauerstoff brauche Oh, wieso, hä, das sind doch kaum Wo sind die Sterne hin? Leute, du brauchst Sauerstoff Ich brauch Essen Eisereig? Ja, was? Alles ok Sprech dich aus, mein großes Kind Ich bin ja nicht groß Das stimmt Aber wo du recht hast, hat er halt recht So, Alk, jetzt können wir einfach so schön weiter aussortieren Das wird jetzt automatisiert Aber eins fehlt noch Was denn? Eine Verbindung Das ist Magnesiumoxid Und wofür habt ihr das gebraucht? Alter, ihr habt 5000 Stück davon Nein, nein, sorry Ich rede natürlich nur mit mir selber Es macht trotzdem immer wieder Spaß, dich drauf hinzuweisen Frag das, Frau Sissi So Ach du Das braucht man doch alles gar nicht Das weg, das weg, das weg, das kann weg, das kann weg Die Scheiße kann auch weg Yay, ich bin gleich fertig mit einem anderes Sortieren Hier, was ist denn jetzt eigentlich mit der Tier 1 Rakete? Die ist immer noch drüben Nein, die habe ich hier im Inventar Ja Ja, die kann man aber leider nicht compressen, ne? Also löschen Na Nö, ist schon zu spät Na gut, alt Ja, für was brauchst du denn die noch? Es wäre schön, dass man die irgendwie upgraden kann Das geht leider nicht Mh, deswegen ja Oder dass man halt die mindestens decompressen kann Warum habt ihr Power Red Iron Erz? Frag Malvin Warum? Modul Base, ich habe eure Raketenwerkbank im Übrigen auch noch mitgenommen Wofür? Wofür? Keine Ahnung, die war so in einer Kiste drin Der Melvin wird sich morgen, äh, das nächste Mal eh umgucken Weil alles leer, weil Ja, weil alles leer ist bei den, bei euch Wo ist denn die Raketen, oder warte mal, ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich google mal Ne, die Rakete habe ich schon in die Trashcam gehauen Die Raketenwerkbank Achso, ne, die ist hier Weil ihr braucht ja eigentlich keine zweite, ne? Ne, die ist hier unten, na Gut, dann kann ich die nämlich decompressen Dann mach das Das kann weg Der Stern kommt erst einmal hier rein So Ähm Das kann in Müll, das kann in Müll, das kann in Müll, die Farbe kann in Müll Die Mauern können in Müll, der Hebel lasse ich erst, obwohl, ne, kann man sich ja neu machen Ähm, und wenn nicht Würde ich halt, äh, kannst du mal kurz umgucken, ob der, ob der Tank, äh, voll ist Von, 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 von der Raketen Von den Raketen Also, deine müsste voll sein Ne, ich meine hier der große Tank, da Ja, warte Äh, du meinst den Glastank Den Glastank, genau Ne Okay Ja, dann brauchen wir noch ne, 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 noch so ne Hau für Für Ja Ja, ich hab doch gesagt, da muss regelmäßig mal nachgeguckt werden Vor allem ist es Nacht, es wird sowieso gerade nichts abgebaut Äh, ihr habt Zuckerrohr, braucht ne Hau Und Kartoffeln Hier werden auch keine Kartoffeln abgepumpt Warum? Keine Ahnung Hier sind 2 Stacks und 11 Kartoffeln drin, die werden nicht abgepumpt Warte, ich guck gleich mal nach, äh, wo habt ihr denn hier, da Oh, ist auch Kraftentable, da mach ich dann nämlich kurz mal was rein Jemand Hier ist nur Zucker und Kartoffeln drin Warum ist hier Kohle Nö Warum ist da Kohle reingekommen Ach, weil da bestimmt kein Filter ist Nö Level zu hoch Was hast du denn da für ein Dings, äh Stein Ja, hab ich doch gesagt, bei Zuckerrohr reicht doch Stein aus Ja So Ach so, außerdem brauchen wir Gunpowder Ja, guck mal bei uns unten rein, da hab ich auch von euch drüben alles mit reingeschmissen Wir müssen nächstes Mal unbedingt irgendwie, äh, Monsterfarm bauen, oder so Ja Und wenn ich schon Wir haben jetzt den Superbilder-Sworn, also da geht das easy peasy Wenn ich denn schon mal dabei bin, kann ich gleich mal So, Steinhau machen, ach ich mach gleich lieber Aber Ein Stück Ach so, stimmt ja, da war ja was Okay, Aiek Ja? Nicht nachfragen Was Was er gleich liebt Was hat er da gemacht? Keine Sorge, einfach nur Müll, ja? Einfach nur Müll, ich hol's gleich wieder ab Und da liegen Steine rum, toll, und? Ja, das ist Müll Keine Sorge, ich bin gleich wieder da Shit Was hab ich diese Ach egal Können wir ja neu herstellen Ich hab eigentlich mal Bock die Betten von Galactic Science zu bauen Äh, jetzt So Äh, jetzt So Und das Und das Und das noch Äh, das Buch brauchen wir bis einmal So Und der kann da rein, die können hier raus So So Genau Ähm, was wollte ich jetzt machen? Achso, stimmt, da unten wartet ja noch was auf mich Äh Dann hol es dir So Naja, was soll ich sagen, also Mit warten, meine ich Äh, und die Kiste hier hin, ja Äh Palim 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 palim, nochmal den dort hin Ha, das hat sich gereimt, hahaha Ich versuch grad hier irgendwie Ordnung reinzubringen Aber das wird wohl nix werden, das ist mir hier eindeutig zu viel Diese ganzen Sortierdinge, die brauchen auch gar nicht Achso, ich wollte ja auch noch, äh, Kabel, äh, nicht, hier Gunpower reinmachen Äh, das, das Das, das Das, das Das kann man alles neu craften hier Das kann ein Müll Der Pisten kann ein Müll Der Hammer hat eine Kiste In der Zeit gar nicht Redstone holen Ein Stack Was ist das? Redstone hier Redstone hier Redstone hier Wo ist Redstone hier? Da ist Redstone 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 Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Papier ist dort, äh Brauchen wir nicht Boah ey, guck mal wie sich das füllt hier Ich komm dann gleich runter Also das sind Ein, zwei, drei, vier Das sind 192 Eimer von diesem Rocket Fuel, das lohnt sich, das lohnt sich, danach müssen wir nie wieder irgendwo hin. Wir haben dieses Projekt bald durchgespielt, wenn es so weiter geht. Du weißt, dass noch dieses Stargate Gedöns auf uns zukommt? Ja, aber die Sachen haben wir ja, also theoretisch. Das und das kann weg. Ich habe sogar einen Brobe-Spawner. Ja, wegen einer Quest. Ja. Und den werden wir bestimmt brauchen. Das ist ein Creeper. Ja. So. So. Das und das. Das. So. Den da hin, den da hin, die Basic Capazitator bringt es dort hin. Das da hin. Das, die Eimer kommen dort hin. Es gibt halt ehrlich nur, es gibt halt ehrlich nur Tier, nur Tier 3, das höchste. Ja. Leider. Ja. Ist ja nicht so wild. Ja, ich würde aber gerne nochmal auf, hier halt, ne? Uranus oder Jupiter, also obwohl das eigentlich gar nicht geht. Oder Saturn oder Neptun. Ja. Dann müssen wir uns mal über ein weiteres Projekt Gedanken machen. Na, im normalen Dings geht das ja. Also im normalen Deltik. Ja, na wie gesagt, dann müssen wir uns mal Gedanken über ein neues Projekt machen, wo wir dann die ganzen Planeten-Mods mit reinholen. So. 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 Und das, dass man da auch irgendwie alle, halt andere Sonnensysteme hat, da auch alles wäre schön. Ja, na, klar. So. Ähm. So. So. Diese vergiftete Kartoffel einfach mal hier unten drinnen. Eik, es ist einfach alles sortiert. Alles. Läuft. Wohl. Ne, immer noch nicht. Aha. Das sind ja noch 3.000. Eik, ich, ich, ne. Ich, ich verzweifle. Ja, dann genau. Besonders warum ab? Nein. Ich. Ich. Ich.